Hallo Leute und Willkommen zur nächsten Aufnahme von The Binding of Isaac Diesmal mit der 7. Challenge Suicide King Selbstmordkönig In dieser Challenge, den 8. Challenge, würden wir dann jetzt auch die letzte Rune bekommen Dann hätten wir alle Rune Hier bekommen wir jetzt keine Rune bei Suicide King Da bekommen wir eine Karte, soweit ich weiß Was ist bei Suicide King so besonders? Wir gucken uns erstmal die Items an, die wir haben Wir haben den Spiegel, wir haben eine Bombe und wir haben einen Epik-Kack, so wie es aussieht Und es ist so Ihr habt es gesehen, oder? Genau das ist das Problem Wir haben eine Boys of Steel Pille Wir schießen uns im Grunde genommen die ganze Zeit selbst ab Wenn wir keinen Feind treffen Wow Alter, wie heftig, dass einfach auch ein hinterher fliegt, ey Boah, ey, und wir müssten mit dieser Challenge bis nach Isaac kommen Puh, geschafft Aber was heißt mit dieser... Ja doch, in dieser Challenge müssen wir bis nach Isaac kommen So geht's auch Boah, Gott, nicht noch einer Puh, das war schnell Okay, weiter Ihr könnt euch ja vorstellen Wie das wird Oh, oh Ach, erwischt Oh Gott, da ist noch ein Damage-Double Wir haben hier noch ein ganzes Herz Wir gucken uns nochmal auf der restlichen Ebene um Ach, der wird toll aus Also bis nach Isaac mit Suicide King wird nicht so einfach Die nächste Challenge, wovor ich mich wirklich fürchte, außer... Also abgesehen von dieser hier ist, ähm... Äh, Cursed heißt der, glaub ich Kommt relativ spät, glaub ich Dies ist die nächste, wovor ich mich fürchte Weil da die ganzen Türen hier aus Cursed-Türen bestehen Und das, also soweit ich das verstanden hab Und das könnte halt auch noch sehr schwierig werden Genau wie das jetzt Also ich hoffe, ich gewöhne mich an die Schussbahn Sonst, ähm... Warst das relativ schnell mit... Dem Scheiß... Ich weiß nicht, wie ich das hier vernünftig ausweiten soll Vielleicht so Äh, da ist eine Troll-Bomb, die sich hochjagt Fuck Nein What the fuck, come on Alter, was ist denn das? So Treffer Ähm... Nein Scheiß drauf, leck mich doch Äh, hier ist absolut gar nichts Also gehen wir wieder Das könnt wirklich haarig werden mit der Challenge Oh, sehr schöner Treffer Und... Oh fuck, das kommt zurück Oh fuck, oh fuck Ich geh mal kurz Äh, kacke Aua Das war so nicht geplant Scheiße Aber das war auch noch nicht geplant Oh fuck Oh fuck Das auch Ich will deutlich mehr Movementspeed haben, bitte Er stirbt doch Bitte Boah, und bei der Challenge bin ich jetzt schon froh, dass ich das nicht in Koop spiele Das ist nicht böse gegen Kotori oder so gemeint, aber... Allein die Vorstellung, Kotori glaubt mir ein Herz Ich fang also mit einem Herz weniger an Und dann wirklich noch die ganze Zeit So was hier Und erwischt Und... Scheiße, scheiße Boah, erwischt Fuck Nein Aua Oh oh Nein Weg Geh doch weg Mein Gott Trefft sie doch Danke Ich will nicht in den großen Raum Ich muss aber in den großen Raum Oh oh Uh Das war Glück Judgment Ein kleiner Battler Mit drei München unter sich Nicht so wirklich Aua Und jetzt wisst ihr auch, warum ich das weise Herz noch nicht aufgenommen habe Oh, das würde ich ja gerne mitnehmen Könntet ihr mal kurz Ui 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 Meins Und Boom Wieso kommt denn nur so ein Kack Herz raus? Wow Puh Stirb So, ich könnte noch ein bisschen Ah Ich wollte das gar nicht aufschießen Hm Fuck it Und Ach Gott Geldfarben schwer gemacht Hihi Wenn man sich so ein bisschen mit der Flugbahn des Dings auseinandersetzt Dann geht es ja eigentlich Also es ist nichts unmögliches Aber Es ist trotzdem nicht sehr angenehm Muss man zugeben Oh Noch eine Pille Tier ist ab Ja, ich weiß nicht, ob ich unbedingt Tier ist ab möchte Und weg Na, scheiß drauf Gucken wir, was für ein Boss wir haben Monstro In Doppelpack Oh, oh Oh, oh Also eins kann ich euch jetzt schon mal versprechen Wir werden keine Dämonen, die es bekommen Die werden wir partout nicht bekommen Das kann ich euch versprechen Nein, nein, nein Ähm Ist das Ding jetzt gleich noch da, wenn ich da zurückkomme? Nein, gut Hm Naja, ich bräuchte eigentlich Geld Aber für diesen Einkaufen riskiere ich es jetzt nicht Ich gehe weiter Den Judgment kann ich ja mitnehmen Puh Ich habe eine Nachricht bekommen Der Lord Der Kekse 770 Folgt mir jetzt auf Twitch Danke dafür Ich hoffe, du guckst auch meine, ähm YouTube-Videos Wahrscheinlich Ja, sonst wüsstest du es nicht Ich weiß nicht, wie du, äh Bei YouTube heißt Kannst dich ja mal gerne melden Wenn du das hier gucken solltest Denn dann weißt du jetzt auch Dass ich dich erwähnt habe Das könnte jetzt schwierig werden Warum bloß? So, da hin Und Regelt Hallo Hi Huhu Nein Oh fuck it Tschüss Also ich finde es irgendwie lustig Nein Nein Ich meine, ich habe jetzt auch gut Speed up, muss ich zugeben Ähm, dank dem Item, was ich gerade vom Boss bekommen habe Das gefällt mir Also der Move, das Move mit Speed Oh Gott, das kann auch was werden Aua Aber ich vergifte, oder? Ich kann sie doch auch theoretisch zu Alter Ja, komm Hilfe Zu Tode giften, oder nicht? Neu Aua Natürlich muss ja der Pisser mich noch erwischen Telepille Ich bin Hilfe Oh, falsche Richtung Wollte in die Richtung schießen Denn dann treffe ich auch die Steine hinter mir Einfach mal so ein paar Steine kaputt ballern Ja, schade Kann ja immer so eine Lukas drunter sein Ähm, ich hätte gerne mein Ne Karte wieder Boah, damit bis nach Isaac Und dann damit auch noch Isaac töten Boah, Mama Mia What the fuck Ich hätte schon so lange keine Brändeln mehr von euch Aua Kleine Arschlöcher Na Das geht Oh, das hat nicht geklappt Das auch nicht Ähm, was Ich hab glaub ich den Schein getroffen Ja, das war auch ein Treffer Hihihihihi Lass mich da weg Wie schön ist das einfach Kommt doch mal her Hallo Ich wurde grad nochmal angeschrieben Das war jetzt keine E-Mail Kein neuer Lord, der mir folgt Neun So, den erwischt Und Wow Aggressives kleine Smithfee Na, den hast du dir verdient Uh Huch, danke So Ich guck mal, eben kurz was geschrieben Wurde einen Moment, Leute So Und Ich bin auch schon wieder Da Wir bräuchten am besten noch zwei Münzen mehr Bevor ich Judgment aufstelle Hallo Ich hab ein Problem Ja Und zwar hasse ich euch Und ich werde von meinen eigenen Tränen bombardiert Was, also ein doppeltes Oh, what the heck Komm schon Hui, der ist lila Okay Oh Gott So Den einmal machen Den einmal machen Nein Das wollte ich nicht Was ist denn das Uh Große Bombe Nein Na komm Das hätte jetzt gerne Full Health sein können Aua Oh fuck it Komm Ernsthaft Da werde ich erwischt Ich sag von Alles Hey, jetzt hab ich den Masa key Ähm Kann ich dich einfach sprengen Oh fuck Unter Umständen Ja Ja, so nicht Moment Nein Hui Hm 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 Ach komm schon Alter Geh doch War doch jetzt nicht so schwer, oder? Brauch Heilung Du bist keine Heilung Du bist ein Arschloch Hui Hui Ich sollte konzentrierter arbeiten Das ist Heilung Das ist auch Heilung Das Nimm ich mit Wow Alter Und ich treffe mich Trotzdem zweimal selbst Wie da in der Kacke einfach so ein Dings drin ist Ne, hier Das ist jetzt schon mal ein ganzer Herzcontainer Weil ich hatte ja vorher schon einen Äh, den können wir jetzt leider nicht mehr mitnehmen Wir könnten zwar theoretisch noch nach Geheimräumen suchen Aber ich will es ehrlich gesagt gar nicht riskieren Wir gehen weiter So, noch ein Herzcontainer Wir haben noch ein Ein Up An die Full Health Pille Wäre nicht schlecht Zwei Wäre nicht schlecht Ähm, wir haben genug Schüssel Wir können da reingucken Ähm, okay Moment Ach, natürlich trifft mich dieses Kackvieh jetzt noch So, was haben wir hier? Paralyse Ich glaube du warst iPhone Pils oder so Hier haben wir zweimal Telepille Eine Supertrollbombe Fliegen Ja, das war wirklich einfach ein Pils Dann gehen wir mit der Telepille mal weiter Wenn wir jetzt einen Curse-Raum finden Können wir uns Rausporten Ja, BTF Das schieß ich und die Fliegen machen sie immer kaputt Hm Hm Ihr seid sehr blöde Artgenossen Sehr wog Ja, nehmen wir sehr wog mit Jetzt das gleiche wie das Kackhäufchen Nur für Steine Ui Und ich glaube hier unten kommen mehr Steine und Pilze Als Kackhäufchen momentan Außer wir bekommen Dingle oder sowas als Endgegner So, was haben wir hier? Fledermäuse Zwei Stück davon zumindest noch Und du auch noch Komm Sehr schön Das wäre easy Ja, wie gesagt Die Tränen sind nicht mal unbedingt schlecht Die wir haben Es ist halt nur sehr blöd Dass diese zurückkommen So, wie jetzt grad So, nochmal ein halbes Herz Ja, Heilung wäre auch nicht schlecht Stimme ich zu Hallöchen Nein, ich habe ihn nicht getroffen Woran der auch immer Er jetzt nochmal gestorben ist Und du So, noch ein Schüssel Oh Scheiße Dass der Schuss schlecht war Hab ich Schon gesehen Oh Scheiße, Alter Oh Kacke Ja, was soll ich denn machen? BTF? Ich kann mich doch hier nur selbst sprengen Ja, komm Das ist doch jetzt so Kack-Ding, Alter Mal ganz ehrlich Yeah, Master Ich bin glücklich Ja, come on Kann ich auch Ihr kleinen Bastard Yeah Jetzt kann ich wahrscheinlich Drei auf einmal schießen, oder? Keine Ahnung Zwei gehen auf jeden Fall Und da gehe ich nicht wieder rein Wo wir ja herausgefunden haben Dass das eigentlich relativ egal ist Warum auch immer Ich leider nicht Diese Fischer selbst vergifte Finde ich sehr schade Muss ich zugeben Also wenn ich die Würmer vergifte Dass die Dinger nicht vergiftet sind So Der Shop wird sich auf jeden Fall Nochmal lohnen Wenn da nicht Guit drin wäre Und wir müssen keine Schüssel Dafür ausgeben Das wäre der Vorteil Hallöchen Meine Freunde Oh Gott, der war schlicht Von mir So Uiuiuiuiuiuiuiuiui Könntet ihr? Danke Wo bin ich denn jetzt gerade? Gerade kommt ein Zwei Ich glaube noch nicht Mutter, ne? Aber diesen Wichser Der mir das Leben nicht unbedingt einfacher macht Ja, man merkt vielleicht auch warum Ja, geil Achso Yay, Heilung Shot Speed Speed und Shot Speed Ich brauche Heilung Ist das Problem Das ist wirklich gerade ein großes Problem für mich Diese nicht vorhandene Heilung Warum tue ich das? Ich weiß jetzt auch nicht Ey, nicht schon wieder spinnen, oder? Ey, ganz ehrlich Komm Danke Keine Ahnung Scheiße Ja, die Broken Watch könnt ihr mitnehmen Was warst du? Ja, die ist ab Super Bringt mir leider alles nicht so viel Das war es auch schon mit der Ebene Hm Ich bezweifle, dass wir diesen One schaffen Muss ich zugeben Muss ich sicherlich zugeben Ich bin sogar geneigt Suicide King später zu machen Muss ich Auch noch zugeben Also zu einem späteren Zeitpunkt einfach nochmal Denn das könnte ich wirklich als schwerer herausstellen Als es Sowieso schon ist Tour of Spades Naja, ich hätte lieber was anderes gehabt Weißt du, ich schieße erst im hohen Bogen darüber hinaus Ne So dass ich nichts treffe Und dann plötzlich kommt dieser Kackschuss zurück Also prallt er an der Wand ab Erst fliegt er über dieser Kackwand komplett hinaus Manchmal ist das Spiel doch so ein Hurensohn Jetzt habe ich alle meine Herzen verloren Manchmal ist das Spiel so ein richtiger Hurensohn Hilfe Oh Gott, ich könnte kotzen ey Alles verloren im Endeffekt Ja geil Tschüss Da bin ich auf jeden Fall rüber Mein Gott, ich hätte so viel Heilung bekommen Könnte ich die Todeskarte jetzt immer wieder machen Okay, warum auch immer der eine komplett geplatzt ist Und dann nur so halb Hier hätte ich die Todeskarte jetzt gebraucht Ja, wird der viel lang fliegt das Ding denn im Kreis um mich rum Ähm Ihr dürft euch gerne auch treffen lassen Ihr dumm Spinn Danke Mir egal von welcher Explosion Solange ihr von überhaupt einer Explosion getroffen werdet Hallo Spinni, na wie geht's hier? Danke What a fish Könnte mittlerweile sogar schon fast besser sein Don't miss Mutter Die uns höchstwahrscheinlich töten würde Nicht gut, nicht gut Ja, guck mal, da unten ist doch nochmal so ein Dingsraum Ernsthaft? Ich muss so gehen, ich hab keine Ahnung, wie ich sie treffen soll So Ähm, ich muss mal kurz was gucken Ich hab keine Ahnung, wo ich... Ernsthaft? Ist das euer verfickter Ernst? Ich geh hier rein, werd wieder rausgeportet und krieg's Schaden Und einmal die Lust Ja, hier hätten wir... Ach, das war eine Telepille Oh Gott, ja natürlich, die liegt da oben noch drin Wieso hab ich denn grad an irgendeine Teleportkarte gedacht? Ich wollte eigentlich sogar die Pille holen Denk aber, warum auch immer an eine Karte Dass es eine Teleportkarte war Guck auf die Karte und seh... Hm Ja, hier ist ja keine Teleportkarte Scheiße Schau mal, das ist noch nicht Mutter Fällt mir grad auf Ja, okay Ich geh auf mit diesen klein verfickten Spinnen Alter, die treff ich nicht Vernünftig Eine ist da noch Die zwei sind hier noch, ey So, hier ist noch einer Ich glaub, ich hab's getroffen Day, first time Satan Deal War eh so teuer für mich Außerdem hatte ich jetzt keinen Bock da jetzt noch Durch die Bombe noch jetzt ein Exo zu verlieren Ähm Um uns rum ist nichts Interessantes Ich hab auch für euch keinen Bock Ganz ehrlich Was hätten wir denn hier? The Sun Macht auch Schaden und heilt uns Auch wenn wir Heilung nicht wirklich brauchen Weil wir kein Leben mehr haben Will ich da nicht gestorben werden, ne? Wären wir jetzt so richtig OP Ich find das grad echt traurig, muss ich zugeben Wir werden so richtig OP Weil wir nicht gestorben wären Oh oh Da hätte ich jetzt fast geschlafen So, guck mal her Äh, mir fällt grad auf Ich hab grad keine Dings Keine Schlüssel mehr Hab ich ja alle diesen Bettler gegeben In Richtung Boss muss ich runter Aua Zwei Treffer direkt hintereinander Ich wurde von nichts getötet Laut Bild Okay Das war's damit Wie gesagt, ich glaub Wir schieben die auf Ein andermal Der hier sollte relativ leicht sein Hier, von der fürchte ich mich auch noch Challenge 11 bekommen wir Wenn wir Challenge 19 geschafft haben Weil wir dafür noch ein Item brauchen Sonst können wir ja mal kurz gucken Wie sieht's mit den Stats aus Ja, mehr Marm-Kills als Tode momentan Noch Das wird sich aber wahrscheinlich Demnächst ändern 1, 2, 3, 4, 5 Sind immer noch 5 Hier haben wir also kein neues Item bekommen Ich danke euch fürs Zusehen, Leute Bis zum nächsten Mal Ciao